Kalender und Zeitmanipulation. Wir sind durch künstliche, vom Menschen gemachte Mechanismen und Systeme der Zeitmessung versklavt. Wenn wir die Zeit nicht verstehen, dann werden wir ihr Opfer. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar gehen wir in ein neues Video rein. Digga, wie viele Videos haben wir uns eigentlich... fast jetzt 10, 11 Monaten reingezogen. Das ist einfach crazy, ne? Ich habe ab Januar, glaube ich, nee, Dezember haben wir schon angefangen, jeden Tag ein Video hochgeladen und jetzt sind wir fast ein Jahr drin. Fast ein Millennium. Ich küsse auf jeden Fall euer Herz. Danke für die Liebe immer unten in den Kommentaren. Danke für die schöne Community. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt Kalender und Zeitmanipulation. Da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Die Zeit ist unser Sklavenhalter geworden mittlerweile und ich glaube, darüber wird jetzt hier ein bisschen erzählt. Daumen nach oben da, lass ein Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren und der Peter geht los. Let's go. Ein weiterer und dabei verheerender Gesichtspunkt der globalen Verschwörung ist ihre Manipulation von Kalender... Oh shit, man. Globale Verschwörungen in den Marfucker. Schön die Aluhüte raus jetzt, meine lieben Freunde. Festschnüren und der Peter geht ab. ...und dann Uhren und unserer Wahrnehmung der Zeit. Wir sind durch künstliche, vom Menschen gemachte Mechanismen und Systeme der Zeitmessung versklavt. Wir sind... It's true, Bro. It's true. Ich hab mich davon auch irgendwann mal eine Zeit lang zu krass beeinflussen lassen, dass diese Zeitachse mir Druck gemacht hat. Dass ich mir dachte so, fuck, du bist so alt und du musst eigentlich das schon machen und hier und das. Und jeden Tag eigentlich auch lässt man sich von dieser Zeit so peitschen. So, oh man, ich muss das noch erreichen und ich muss noch dahin und ich muss so und ich muss dies und ich muss das. Zeit ist... Zeit fickt uns extrem. Wir sind gar nicht mehr... Wir können gar nicht mehr locker durchs Leben gehen, weil wir immer diesen Zeitdruck haben, weißt du? It's crazy. Viele Leute arbeiten eine gewisse Zeit, damit sie dann Zeit genießen können und so. Also Zeit ist auch sehr, sehr wertvoll und das dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Weil der Moment ist halt... Der nächste Moment ist halt nicht versprochen. Es gibt halt eigentlich keine Zeit. Eigentlich gibt es nur den Moment. Weil der nächste Moment, du weißt gar nicht, ob der überhaupt kommt und was im nächsten Moment passiert. Das weißt du alles gar nicht. Deswegen sollte man nicht zu viel Zeit damit verbringen in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Aber wenn, dann lieber Zukunft und da Visionen haben und Träume haben, als in der Vergangenheit abzuhängen. Aber am allerbesten ist es einfach da zu seinem Hier und Jetzt. Sklaven der Bankiers, Regierungen, Chefs und Landbesitzer, sondern auch Zeitsklaven unserer Uhren und Kalender. Wir sind Sklaven unserer geregelten Schul- und Arbeitstage. Wir sind Sklaven von fünftägigen Schul- und Arbeitswochen. Wir sind geistige Sklaven der Greenwich-Zeit, des gregorianischen Kalenders und einer Sieben-Tage-Woche. Zeit ist das hauptsächliche Sozialisierungsmittel und die Uhr ist das entscheidende Werkzeug des Industriekapitalismus. Den Imperialismus von Raum und Material kann man überall beobachten, der Imperialismus der Zeit ist jedoch ein verborgenes Ungeheuer. Was uns unmittelbar betrifft, ist, wie Zeit wahrgenommen, kontrolliert, ausgebeutet, manipuliert, institutionalisiert und verinnerlicht wird. Wenn wir die Zeit nicht verstehen, dann werden wir ihr Opfer. Eine Sache ist deutlich, Zeitpolitik ist Machtpolitik. Jede Sonnenuhr, Wassermühle, Kalender, jeder Wochenzyklus, jede Sozialpolitik und jedes zeitliche Denkmal dient einem bestimmten Interesse und einer bestimmten Ideologie. Die Zeit, wie wir sie heute kennen, stellt euch mal vor, das ist jetzt die Verschwörung daran. Er sagt quasi, dass die nur erfunden wurde, um uns in diese Sklaverei reinzupacken, beziehungsweise um uns zu kontrollieren und zu steuern. Von diesen stets technologische Macht und chauvinistische Kontrolle gewesen. Im Dienst der Genauigkeit ist die Atomsekunde nun mit einer Dauer von 9.192.631.770 Teilchenschwingungen in einem Cäsiumatom festgelegt. Okay. Zitat Ende. Orientierst du dich an Sonne und Mond, um mit der Zeit mitzuhalten, anstatt an Uhren, so ändern sich viele Dinge. Wenn Geschäfte beim Sonnenaufgang öffnen und beim Sonnenuntergang schließen, können die Chefs keine Stechkarten durchsetzen. Wenn du deinen Freunden mitteilst, dass sie dich beim Fluss treffen sollen, wenn die Sonne die Baumgrenze erreicht, so wartest du auf natürliche Weise auf sie. Geil, Digga. Komm, Jungs, wir treffen uns am Fluss, wenn die Sonne die Baum... Was hat er gesagt? Baumgrenze erreicht, Digga, feier ich. So was feier ich, Bro. Man, generell, überleg mal, wie wir als Menschen so richtig durchstrukturierte Menschen geworden sind, die alles planen, Digga, und schon Urlaube fürs nächste Jahr buchen und für alles Versicherungen haben, falls irgendwie irgendwas passiert. Uns treffen nur noch, wenn wir vorher auf WhatsApp irgendeinen Termin ausgemacht haben und so, das ist voll crazy. So richtig freies Leben und sich vom Leben treiben lassen, machen halt wenige Menschen so, weil wir halt auch so ein Bedürfnis mittlerweile nach Sicherheit und nach Struktur haben, sonst fühlen wir uns lost. Weißt du? Ich hab das auch gemerkt, als ich mal ein bisschen freier so gelebt hab, das hab ich das erste Mal hier in Tulum gemacht, so, dann fühlst du dich manchmal ein bisschen lost, weil du ja von klein auf eingetrichtert bekommen hast, dass dein Tag immer eine Struktur haben muss, dass du einen Plan haben musst und immer wissen musst, was als nächstes kommt, sonst bist du kein guter Mensch, in Anführungszeichen, so, weißt du? Aber wir dürfen dabei halt auch nicht vergessen, dass das Leben stattfindet und wir müssen das Leben auch manchmal leben, so, und mittlerweile hab ich's geschafft, es ist halt immer wieder, gerade die Arbeit und die Geldprobleme und das Mietebezahlen und die ganzen Versicherungen und das alles, was wir haben zu bezahlen, das gibt uns halt automatisch halt so eine Verantwortung und so einen Stress, dass wir es halt nicht mehr richtig schaffen, das Leben zu genießen, aber da muss man eine gute Balance finden. Und ich mach's mittlerweile so, dass ich mindestens einmal die Woche wenigstens oder einmal alle zwei Wochen mal wirklich einen Tag, nicht den ganzen Tag, ich mach eigentlich jeden Tag immer irgendwas, aber dass ich mal ein paar Stunden einfach im Leben bin und mir keine Gedanken mehr versuche zu machen, sondern einfach mal auch genieße, so. ... den Untergang anschaust. Teilst du deinen Freunden mit, dass du sie um 19.30 Uhr beim Einkaufszentrum treffen willst, dann musst du dir ständig eine Reihe von immer frustrierenden Zahlen an der Wand oder an deinem Handgelenk anschauen. Samuel L. Macy schrieb in die Dynamik des Fortschritts, Zeit, Arbeitsweise und Maß, dass Menschen als aufgezogen, nicht mehr zeitgemäß, verrostet oder präzise wie ein Uhrwerk charakterisiert werden, ist im Wesentlichen eine Hinterlassenschaft der Denkweise des 17. Jahrhunderts. Es deutet nicht nur an, dass ihre Arbeit genau gemessen werden kann, sondern auch, dass ihre Bewegungen studiert werden können. Gibt man ihnen geeignete Anreize, so werden sie sich an vorbestimmte und passende mechanische Schablonen halten. Zitat Ende. Fucking Roboter. Jeremy Rifkin schrieb in Zeitkrieg, Zitat. José Agüeles schrieb in Die Zeit aufhalten, Zitat. Da kommen wir zurück zum Thema Zeit ist Geld. Kein Wunder, dass sich dieses Schlagwort in unser Bewusstsein und unsere Kultur eingeprägt hat. Und dies scheint der Hauptzweck der Verwendung unseres Kalenders zu sein, um den Überblick über unsere Finanzen zu behalten, die Rechnungen zu bezahlen und Termine festzulegen. Wir denken vielleicht nicht auf diese Weise darüber nach, aber unser Kalender richtet uns darauf ab, es so zu tun. Sind alle Kalender wie dieser nicht mehr als eine willkürliche Schablone, um sich um die Geschäfte zu kümmern? Was ist mit Sonne, Mond und den Sternen? Lasst uns eins mal festhalten. Ein Kalender ist ein Kontrollmittel. Er kontrolliert die Kultur, die Menschen und die Gesellschaft, welche ihn benutzt. Er erzeugt eine Rückkopplungsschleife zwischen dem Bewusstsein des Anwenders und der Schablone des Kalenders. Hey, das ist krass, Mann. Ich habe viele Dinge, die er sagt, schon auch so gefühlt. Das ist halt echt eine ganz wilde Geschichte, wenn du immer mehr Themen auch mit dich immer mehr, wenn du immer mehr so die Matrix von außerhalb betrachtest und merkst, wie viele Mechanismen es eigentlich gibt, um uns zu kontrollieren, um uns in dieser Box drin zu behalten, dass wir da ja nicht ausbrechen. Das ist schon verrückt. Das ist schon echt verrückt, Freunde. Ich sage euch ehrlich, so wie es ist. Das Wesen des Kalenders bestimmt das Wesen der Gesellschaft. Zitat Ende. Dem kannst du halt auch nicht wirklich widersprechen jetzt. Also ich gerade bin fasziniert, wie er das so auf den Punkt bringt mit Zitaten und mit Einblendungen hier so. Und das ist halt einfach wirklich auch so. Das merken wir ja alle. Es ist ja nicht so, dass der irgendwas erzählt, was wir nicht alle spüren auch so. Und nochmal ein Zitat von Chronoclast, von Buried in Sight, oder die Zeit als Handelsware. Bei der Geburt finanziell abgedeckt und gezüchtet wie Vieh. Für die mächtigen Börsenmakler des Turbokapitalismus sind unsere Leben eine Viehauktion. Bahn frei für die Erfahrungswirtschaft, Bahn frei für die Zugriffswirtschaft, Bahn frei für die neue Zeitwährung. Karl Marx schrieb in Das Kapital, Zitat, an einer Maschine zu arbeiten, sollte dem Arbeiter von Kindheit an beigebracht werden, damit er lernt, seine eigenen Bewegungen, den einheitlichen und unaufhörlichen Bewegungen eines Automaten anzupassen. Zitat Ende. Was? Das hat er gesagt? Dieses Konzept wurde auf vielerlei Art von unseren Regierungen und wirtschaftlichen Einrichtungen umgesetzt. Schüler passen sich der geregelten Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr, dem 8-Stunden-Tag der 5-Tage-Woche an. Wir nehmen diese Begebenheit als selbstverständlich hin, oder... Ja, weil das ja normal ist, Digga, haben ja meine Eltern auch gemacht, meine Großeltern auch so. Da fängt es schon an. Reden Sie uns als nützlich für die Anpassung von Arbeits- und Schulplätzen zur Kindheit? Wir werden heutzutage gar nicht mehr richtig frei erzogen, so. Es wird ganz schnell versucht, diese Box um uns herum zu bauen, damit wir nur noch innerhalb dieser Box quasi agieren können und denken, dass das normal ist, weißt du. Und da dann wieder auszubrechen, ist halt einfach nicht, es ist eigentlich einfach, aber du musst ja erstmal von den richtigen Dingen hören oder irgendwie auf den Trichter kommen, so, weißt du. Aber du wirst so schnell in so eine Box, auch in der Schule, jeder muss gleich sein, jeder wird gleich bewertet, Individualismus wird gar nicht gefördert. Du lernst eigentlich nur ein Roboter zu sein, irgendeine Nummer in irgendeinem Unternehmen zu sein und dann kommst du von Schule in die Lehre, dann machst du deine Lehre, dann kommst du in den Beruf, dann machst du den Beruf dein Leben lang, bis du dann in Rente gehst und dann freust du dich auf die Rente, damit du dann mit 75 oder mit, weiß ich nicht, wie ist es heutzutage, mit 70 irgendwie noch die letzten 20 Jahre von deinem Leben irgendwie was genießen kannst. Aber dann sind die besten Jahre deines Lebens eigentlich vorbei, so. Und die hast du verschwendet, um 50% Steuern abzudrücken für wen, weißt du, was ich meine? Und dann siehst du, wie die Steuergelder verwendet werden und so, das ist einfach ein... Da Betreuung schön. In Wirklichkeit jedoch wird uns dieser psychologische Mechanismus der sklavenhaften Unterwerfung unter einen geregelten Terminplan, der Arbeitgeber, eingeflößt. Und auch die fabrikähnliche Stuhl- und Tischanordnung des Klassenzimmers und der Lehrer, der genormte Anweisungen an die Schüler ausgibt, sind ein Ergebnis des Industriezeitalters. Wenn wir ohne diese langfristige Abrichtung von jungen Jahren an so bereitwillig unser Leben für einen Mindestlohn verkaufen. Noch mal Jeremy Rifkin aus Das Zeitalter des Zugriffs. Wir machen gerade den Übergang zur Erfahrungswirtschaft, wie Wirtschaftswissenschaftler sie nennen, eine Welt, in der das Leben jedes Menschen faktisch ein Handelsmarkt wird. In der Welt der Wirtschaft ist der neue Fachbegriff der lebenslangen Nutzen des Kunden die theoretische Messung, wie viel ein Mensch wert ist, wenn jeder Moment seines oder ihres Lebens in irgendeiner Weise zu einer Ware der Geschäftswelt würde. Zeit wurde von uns in vielerlei Weise aufgegliedert. Sonnenuhr in Indien erbaut in mehrere 1250 vor Christus. Manches ergibt Sinn und anderes scheint sinnlos zu sein. Viele Beschreibungen der Zeit haben astronomische Bedeutung, was vernünftig erscheint. Das Zusammenspiel von Erde und Sonne beschert uns einen jährlichen Zyklus. Die Lunation, also die Phasen des Mondes, bescheren uns einen monatlichen Zyklus. Das ständige Auf- und Untergehen von Sonne und Mond bescheren uns einen täglichen Zyklus. Und die Wirkung des Mondes auf Gezeiten beschert uns einen natürlichen Zyklus, wenn die Gezeiten kommen und gehen. Alle anderen Beschreibungen der Zeit sind jedoch willkürlich und von Menschen gemacht. Die schnell tickende Sekunde gibt es in der Natur nirgends, außer wenn die Leute behaupten, dass sie den menschlichen Herzschlag darstelle. Dies ist aber ebenfalls willkürlich, da der menschliche Herzschlag ständig seinen Schritt ändert. Krass, die Sekunde gibt's gar nicht wirklich. Die Minute ist nach Min benannt, lateinisch verminderte Stunde, und man findet sie ebenso nicht in der Natur. Die Stunde, lateinisch Hora, ist nach Horus, dem ägyptischen Jesus, benannt, der die Tage und Nächte in zwölf gleiche Teile schneidet. Die Stunde ist ein altertümlicher Mythos und kein Zyklus, der in der Natur vorhanden ist. Der schlimmste und am stärksten geistig Versklavende der erfundenen Zyklen ist jedoch zweifellos die Woche. Wegen dieses aberwitzigen, unnatürlichen Zyklus Sind, ganz gleich wie ihr Leben die vergangenen sieben Tage war, die folgenden sieben Tage fast dieselben. Jedes siebte Mal beim Sonnenauf- und Untergang drückt fast die ganze Menschheit die Wiederholungstaste in ihrem Leben und machen in demselben Schema weiter wie bei einem Sprung in der Schaltplatte ihres ganzen Lebens. Das ist so krass, Mann. Und das ist auch ein neues Phänomen, wenn du überlegst. Das ist gar nicht so lange her, als wir noch wirklich in den Tag hineingelebt haben. Und so wie die Tiere, die haben ja sowas zum Beispiel gar nicht so. Dass wir noch mit der Natur verbunden gelebt haben und jeden Tag die Dinge getan haben oder die Probleme bewältigt haben, die es zu bewältigen gibt an diesem Tag. Und dann einfach wieder ins Bett gegangen sind und am nächsten Tag die Dinge, die an dem Tag anstehen. Aber wir sind mittlerweile so getaktet geworden, dass jeder Tag gleich aussieht und wie er das auch zeigt hier in dem Bild. Freitag kommt langsam lächelnd, Saturday mehr, Sonntag volles Lächeln, Montag umso angrier wieder. Weißt du, was ich meine? Und das ist eine Wiederholung deines Lebens quasi jede Woche wieder aufs Neue. Bro, das kann einen Menschen nicht erfüllen. Kann es einfach nicht. Und das ist es auch nicht wert, meiner Meinung nach so. Das ist es auch nicht wert, weil es gibt Leute, die sterben vor der Rente. Und dann haben die ein monotones Leben gelebt, jede Woche das Gleiche, jeden Tag das Gleiche, nicht wirklich irgendwas anderes. Nicht mal wirklich richtig gelebt und nicht mal die Rente mitbekommen und so. Bro, das ist doch traurig, weißt du? Ich finde das traurig. Ich finde es schade, dass es uns nicht beigebracht wird, dass wir das auch anders machen können. Dass wir auch unsere Bestimmung im Kern finden können und finden können, was uns glücklich macht und was wir zur Gesellschaft beitragen können und das leben können und damit auch Geld verdienen können, unsere Miete bezahlen können und dann unser Leben einfach ganz anders aussieht. Wenn man das den Kids von Anfang an beibringen würde, dann könnte die Zukunft von ganz vielen Menschen ganz anders aussehen, aber es ist halt nicht gewollt. Das Schlimmste daran ist, dass wir so mit diesem Wochensystem programmiert wurden, dass selbst der kleinste Aspekt der modernen Gesellschaft von Schulen, Gehaltszahlungen zu Fernsehprogrammen, unabänderlich damit verknüpft ist. Digga, diese Werbungen sind ganz komisch. Guck mal, was hier gezeigt wird. Guck mal, was das für eine subliminale Botschaft hier auch wieder ist. Hero Wars Web. Immer wieder diese Kack-Werbung, ey. Guck mal, was das für eine subliminale Botschaft hier auch wieder verknüpft ist. Nun ein Zitat von Jose Aguelles aus Die Zeit aufhalten. Montage, wie ich diese verdammten Montage hasse. So fängt das alte Lied von Fetz Domino an. Warum? Nun, weil es der erste Tag einer fünftägigen Arbeitswoche ist. Fetz Domino muss darüber Bescheid gewusst haben, dass die Zeit uns umbringt, sonst wäre es in seinem Stück nicht der verdammte Montag gewesen. Montag bis Freitag ist für die meisten beschäftigten Menschen, sowie für Schulen und öffentliche und staatliche Einrichtungen, die Arbeitswoche. Dann folgt Samstag und Sonntag, das Wochenende. Die Arbeitswoche wird durch die Uhr bestimmt, also die geregelte Arbeitszeit. Daher sollte Samstag und Sonntag für die Seele da sein. Aber ist es wirklich so? Naja, ein bisschen. Es gibt die Sonntagsmesse, eine Stunde oder so für die Seele. Oder Samstags die Synagoge. Aber was hat es mit diesen Wochenenden wirklich auf sich? Oder Freitag, äh, ähm, Dings. Die Moschee. Wichtig. Und ich finde, man sollte sowas täglich machen eigentlich, wenn man wirklich erfüllt sein möchte, sollte man jeden Tag was für seine Seele tun, was für seinen Körper tun, was für sein Bewusstsein tun, so. Für den Geist, Bro. Ja. Es geht darum, noch mehr Zeit tot zu schlagen. Sport und Unterhaltung, Football, Basketball und Baseball bis zum Abwinken. Wenn du außerhalb der USA lebst, dann Fußball. Volles Programm. Wenn du außerhalb der USA lebst, dann Fußball. Amerika ist richtig Hardcore-Programm, Bro. Baseball, Football, Basketball, alles voll crazy, so. Und es gibt Leute, die ziehen sich das alles parallel rein. Sportpakete, so, nach Arbeit, Bier rein und in irgendeine Sportwelt rein denken. Und dann läuft der Laden und dann läuft der Laden, weißt du, wie ich meine. Dann fängst du dein ganzes Leben lang nicht mal irgendwann an, mal über dich nachzudenken oder was das Leben eigentlich wirklich bedeutet oder was man aus dem Leben eigentlich wirklich machen könnte. Kein Fernsehen, dann wäre es nicht so verbreitet. Das spielt keine Rolle, denn es wird wieder Montag werden und das Ganze geht von vorne los. Es geht darum, dass dein Leben, deine ganze Lebenszeit auf dieses wöchentliche Schema verringert wird. Und dies bringt dich um. Du steckst deine Seele in eine 7-Tage-Zwangsjacke. Wenn die Seele erstickt wird, bekommst du immer mehr Langeweile und brauchst mehr Ablenkungen. Siehst du nun, was gespielt wird? Du bist kaum noch am Leben. Du bist kaum noch am Leben. Ich sage, das ist wirklich so. Der hat recht, Mann. Der hat wirklich recht. Die meisten Menschen sind kaum noch am Leben. Wirklich jetzt. Die sind nur noch am Arbeiten. Und wenn die Arbeit vorbei ist, wie er das total beschrieben hat, dann irgendein Sport-Event sich reinziehen. Und den Rest der Zeit, umso seelenloser du wirst, umso mehr vertiefst du dich dann in diese ganzen Social-Media-Apps rein und lebst dein Leben durch irgendwelche anderen Menschen und so. Das ist crazy und traurig zugleich. Gleichkeit, deine Seele, die lebt. Und wenn du deiner Seele nicht die benötigte Zeit schenkst, dann bringt die Zeit dich um. Das bedeutet, dass die Zeit des Kalenders und der Uhr tief in deinem Bewusstsein verankert ist. Aber du wirst dir nun darüber bewusst. Das ist der erste große Schritt. Du kannst sagen, ich gebe zu, dass ich der Zeit gegenüber machtlos war und ich habe alles in meinem Leben widerstandslos hingenommen. Ein oft auf Uhren anzutreffendes antikes Symbol der Geheimgesellschaften ist der Anker. Anker. Die Gestalt eines typischen Schiffsankers setzt sich an und führt sich aus zwei zusammengefügten ägyptischen Hieroglyphen zusammen. Der obere Teil des Ankers ist wie ein Kreuz mit einem Kreis darüber geformt. Das ist das ägyptische Ank-Symbol, daher der Name Anker. Der untere Teil ist wie eine ägyptische Sonnenbarke geformt, welche die Seelen der Verstorbenen durch die Unterwelt befördern. What the fuck? Das ist miese Recherche hier, meine lieben Freunde. Nochmal aus Buried Inside Chronoclast zitierend. Der Kalender ist eine herrschaftliche Erzählung. Die Sieben-Tage-Woche ist ein herrschaftlicher Zwang. Die Jahresurlaube sind herrschaftliche Zeichen. Mechanische Zeitmessgeräte sind herrschaftliche Einrichtungen. Der Werktag des Kaufmanns ist eine herrschaftliche Gabe. Die mittlere Greenwich-Zeit ist eine herrschaftliche Maßnahme. Das Wort Kalender stammt von dem römisch-lateinischen Calends, welcher die Bezeichnung für Kontobuch war, welches die zu zahlenden und monatlichen Schulden und Rechnungen aufzeichnet. Ach nee. Was? Der erste Tag des Monats des damaligen christlichen julianischen Kalenders wurde Calends genannt und das war der Zeitpunkt, an welchem du deine Schulden und Rechnungen zu begleichen hattest. Ein rascher Blick auf den Kalender wird selbst dem recht sorglosen Betrachter einige Merkwürdigkeiten aufzeigen. September stammt von sieben, es ist jedoch der neunte Monat. Oktober stammt von acht, es ist jedoch der zehnte Monat und so weiter. März stammt von Mars, dem römischen Kriegsgott. Und Juli und August sind nach den römischen Kaisern Julius und Augustus Cäsar benannt. Das sind alles Informationen, also ich lerne hier gerade wieder, endlich mal wieder auch was Neues, weißt du? Wusste ich alles nicht, also viele, eigentlich, ja, wusste ich alles nicht. Der Kalender, den wir zur Zeit ver... Ich habe schon gefühlt, dass die Zeit mich manchmal gefickt hat in der Vergangenheit, aber dass das so dieb ist, wusste ich nicht, ich höre es dir. ...wenden ist der Gregorianische nach Papst Gregor XIII. Nochmal José Agüeles. Bevor er als der Gregorianische Kalender bekannt war, wurde er der Julianische genannt, nach Julius. Es scheint so, dass die Römer einen fehlerhaften Kalender von nur zehn Monaten hatten. Und Julius, der beabsichtigte, einen dauerhaften Wandel von der Republik zum Kaiserreich zu machen, mit sich selbst als Kaiser, entschied, den Kalender zu ändern. Um im Jahr 46 bis 45 vor der Zeitenwende die Änderung zu vollziehen, musste er ein 445-Tage-Jahr haben. Verständlicherweise wurde dies als das Jahr des Durcheinanders bekannt. Julius erlebte die Zeit nach den Eden des März des Jahres 45 vor der Zeitenwende nicht mehr, denn er wurde aufgrund seiner Kalenderveränderung ermordet. Das Reich hielt jedoch statt, aufgrund seiner Kalenderveränderung ermordet, Der Nachfolger von Julius wurde Augustus Cäsar, der den Kalender weiter änderte. Er sah, dass Julius den Monatsnamen Quintilius zu Julius, Juli, änderte, also änderte Augustus den nächsten Monat Sextilius zu Augustus. Das Ego-Filme hier. Nicht nur das, Sextilius hatte 30 Tage, während Julius 31 Tage hatte. Augustus wollte seinen neu ernannten Monat, August, so lange wie Julius Monat machen. Also was tat er? Er nahm den 29. Tag vom Februar, der bereits der kürzeste Monat war, und fügte in seinem Monat hinzu. Dies ist der Grund, warum der August wieder Juli 31 Tage hat und der Februar nur 28 Tage. Guck mal, unser Kalender basiert auf Ego-Spielchen. Mann, 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 ey. So fing es also mit dem Kalender an. Despotische Beweggründe, herrschaftliche Überheblichkeit und Verwirrung. Die Christen begannen um das Jahr 321 mit der Verwendung des julianischen Kalenders, als sie die 7-Tage-Woche hinzufügten. Die 7-Tage-Woche wurde dem hebräischen Mondkalender entliehen. Die Juden entliehen die 7-Tage-Woche den Babyloniern. Die 7-Tage-Woche entspricht nie vollkommen irgendeinem Monat, außer wenn der 1. Februar auf einen Sonntag fällt, dann gibt es einen Monat vier 7-Tage-Wochen. Alle Völker des Altertums verwendeten Kalender mit 13 Monden und 28 Tagen. Also 13 mal 28 gleich 364 plus ein Tag ist gleich 365 Tage, ein Sonnenjahr, und feierten am 25. Juli, wenn der Stern Sirius an seinem höchsten Punkt ist, einen zusätzlichen Tag als Tag außerhalb der Zeit. Tag außerhalb der Zeit, feiere ich, Digga. So was müsste es geben. Druiden, Inkas, Mayas, Ägypter, Polynesier, Lakota und viele weitere Kulturen verwenden 28-Tage-Kalender. Krass. Feiere ich, Digga. Druiden, Inkas, Mayas, Ägypter. Nun ein Zitat von David Icke aus Das größte Geheimnis. Ich finde es gerade voll interessant, Leute, sage ich euch ehrlich, ich finde es mega interessant. Ich wollte schon sagen, es ist ein bisschen langweilig mit, weil er redet und nur Bilder eingeblendet werden, das ist keine richtige Doku, aber ich lerne hier gerade was dazu. Und wir haben uns auch schon immer mal wieder Sachen angeguckt, die ich auch eigentlich schon unterschwellig eigentlich wusste und so. Aber das ist endlich mal wieder was, wo ich wirklich was lerne. Die ursprünglichen Völker der Welt, die immer noch nach der Mondzeit leben, sind weit mehr mit der Natur im Einklang, denn sie handeln mit demselben Strom von Zeit und Energie wie die Natur. Sie sind mit ihr im Gleichklang. Auf der ganzen Erde muss man überlegen, Alter. Also der Papst konnte quasi den Kalender auf der ganzen Erde einfach so verändern, oder was? Was, was, was? Der Geist ist auf diesen künstlich geschaffenen Zeitstrom abgestimmt, wenn wir auf die Uhr schauen oder die zukünftigen Aktivitäten mit einem Tagebuch planen. Und wo ist der Mittelpunkt dieses Zeitsystems, der Ausgangspunkt, von welchem die Menschen der Welt ihre Zeitmesse abstimmen? Warum ist Greenwich kurz hinter der Themse, nicht weit weg vom Finanzdistrikt der City of London, dem Kerngebiet der Geheimgesellschaften? Oh shit, man, da sind wir jetzt drin hier. Und was war die Eingebung für den gregorianischen Kalender? Er ist eine Farce. Seine Zeit ist wie, wenn man all seine Kleidungsstücke in einem Kleiderschrank wirft und sich gegen die Tür lehnt, damit die Tür sich schließt. Die Stücke mögen zwar gerade so in den Schrank passen, wenn man nur kräftig genug drückt, aber was für ein Durcheinander. Wir haben nun ein Zwölfmonatsjahr aus 60 Minuten Stunden, 24 Stunden Tagen und die Monate passen so schlecht, dass manche 30, die anderen 31, weitere 28 oder gar 29 Tage jedes vierte Jahr, also Schaltjahr, haben. Voll crazy, mal den, also so zu versuchen, mal den Sinn dahinter zu verstehen, finde ich gerade, ich finde das voll interessant. Oh ja, das passt wie angegossen. Das war ironisch gemeint. Eine gescheite Messung der Zeit war also nicht der Beweggrund, sondern die Trennung des menschlichen Bewusstseins von der Mondzeit, denn der gregorianische Kalender... Die Trennung des menschlichen Bewusstseins von der Mondzeit, bruv. Oh man, Freunde, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Ich schwurbele den, Freunde, ja, wir sind da. ... oder entfernte den 13. Mond. Es sollte 13 Monate mit Mondzyklen von 28 Tagen geben, stattdessen haben wir jedoch 12 Monate und 12 Mondzyklen. Die Geheimgesellschaften orientieren sich jedoch mit ihren Kalendern, nicht so wie wir untertan, immer noch an der Mondzeit. Ein weiterer Grund für ihre Besessenheit mit der Zahl 13 in ihrer Numerologie. Krass. Ja, die, die, die haben das Wissen, was uns Menschen am besten tut und am besten funktioniert und packen uns aber in ganz andere Systeme rein, damit wir dieses Bewusstsein und diese Power, die wir als Menschen eigentlich alle in uns tragen, nicht realisieren und da nicht hinkommen, so weißt du, und das ist halt, ist crazy. Die haben sich das Wissen irgendwie angeeignet und haben sich das dann zur Aufgabe gemacht, das uns zu vermiesen und zu verheimlichen und vorzuenthalten. Bei der sich immer wiederholenden gregorianischen Schaltplatte ist der 1. Januar ein Teil des Programms. Was spielt sich am 1. Januar ab? Nun, hier in den USA viele Football-Spiele von Colleges. Dann irgendwann Ende Januar, man weiß nie genau wann, der Super Bowl. Der Februar programmiert uns mit dem Valentinstag und dem Tag des US-Präsidenten. Im Juli ist der vierte Nationalfeiertag, Oktober ist Halloween, im Dezember ist Weihnachten und Neujahr das Programm und so weiter. Und der 11. September, 9-11, ist jetzt auch Teil des Programms. Dies sind bloß einige der offensichtlichen Beispiele, was die Schaltplatte in einer Umdrehung einem Jahr für uns Untertanen abspielt. Jedes Mal, wenn einer dieser Termine näher rückt, reagieren ganze Teile der Bevölkerung in vorherbestimmter Weise. Es gibt noch viele... Und immer auf die gleiche Art und Weise. ...Ehrprogramme, welche der Kalender... Oh shit, man! Challenger. ...de abspielt. Der Anfang und das Ende von Kriegen. Der Veteranentag. Der Gedenktag für die Gefallenen. Memorial Day. Tag der Streiche am 1. April. Der Tag der Steuererklärung. Der Tag der Arbeit am 1. Mai. Die Erinnerung an all diese Ereignisse sind an... Tag der Steuererklärung. Okay. ...das Datum verknüpft, in welchem sie geschehen. Dann hat jede auch persönliche Daten, die persönliche Gefühle und Erinnerungen auslösen, wie dein Geburtstag oder der Tag, an dem ein Familienmitglied starb oder dein Hochzeitstag. Der gregorianische Kalender ist willkürlich und unregelmäßig. Indem du ihn verwendest, wirst du kaum je an natürliche Begebenheiten denken. Der 1. Januar entspricht überhaupt nicht der Sonnenwende oder Tag- und Nachtgleiche oder irgendetwas Natürlichem. Mit einem Programm wie diesem denkst du wahrscheinlich nicht an Jahreszeiten oder Mondphasen, wenn du diesen Kalender verwendest. Es ist fast so, als ob dieser Kalender dazu bestimmt ist, dich von der Natur fernzuhalten. Guck mal, wo ich Stopp gemacht hab, Digga. 2020, Bro. Du weh schon, wie das läuft. Das ist ein krasses Ding hier, was ich gerade gesagt habe. Nicht an Jahreszeiten oder Mondphasen, wenn du diesen Kalender verwendest. Es ist fast so, als ob dieser Kalender dazu bestimmt ist, dich von der Natur fernzuhalten. Also, als ob er dazu bestimmt ist, dich von der Natur fernzuhalten. Und ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die dafür bestimmt sind, uns von unserer Natur fernzuhalten. Ansehen zum Beispiel, Radio, Handy, Ablenkung im Internet die ganze Zeit, Nachrichten. Ganz viele Sachen meiner Meinung nach sind darauf ausgelegt, um uns von unserer wahren Natur zu trennen, so. Ja, weil wir dann einfach leichter steuerbar sind. Und wenn wir mit der Natur gehen und wenn wir uns mit der Natur connecten und wieder zum echten Menschsein hinfinden und wieder richtig so leben, wie Menschen eigentlich mal gelebt haben und dass wir uns einfach gut fühlen und wohlfühlen und so, dann sind wir halt nicht mehr so leicht steuerbar. Es ist halt einfach so. Und dann haben wir eine Kraft in uns. Und dann würden wir uns auch nicht auf jeden Scheiß einlassen. Dann hätten wir ein Bewusstsein für die Dinge. Dann würden wir sehen, wenn irgendwelche Sachen passieren, die nicht für uns passieren, sondern gegen uns. Dann würden wir uns zusammenschließen. Dann würden wir gegen diese Leute arbeiten, die diese ganzen Mechanismen dafür nutzen, um uns zu kontrollieren. Das ist halt krass, Bro. Das ist krass, Bro. Oder unregelmäßiges Maß bei der Zeit ist leicht zu übersehen, weil wir die Zeit nicht anfassen oder sehen können. Aber würden wir solch eine ungleichmäßige Norm auch bei einem Maßband oder Lineal übersehen? Und wenn wir uns daran machen würden, zu versuchen, Sachen mit einem ungleichmäßigen Lineal zu bauen oder herzustellen, würden sie dann nicht krumm und schief werden? Vielleicht würden wir nach einer Weile sagen, ach, das ist schon in Ordnung. Wir haben unsere Norm gesenkt, um sie diesen schiefen Gebäuden anzupassen. Man gewöhnt sich dran. Wir haben es schon immer so gemacht. Aber würdest du dich wirklich mit minderwertigen Maßen von räumlichen Objekten und Formen abfinden? Und doch nehmen wir minderwertige und ungleichmäßige Maßnahmen. Wie er es gesagt hat, Zeit kann man halt nicht sehen oder anfassen und deswegen fällt uns das nicht so auf. Aber es wird einem schon krass bewusst gerade hier, auf jeden Fall in seiner Zusammenpassung. Zu denken, es spiele keine Rolle, mag schon eine Wirkung des so lange hingenommenen ungleichmäßigen Maß sein. Warum unsere Sinne beeinflusst, so beeinflusst die Zeit unser Bewusstsein. Daher sind die Auswirkungen einer unregelmäßigen Zeit auf die Sinne zwar weit raffinierter, jedoch weit schlimmer als die Auswirkungen eines unregelmäßigen Raumes. Wir könnten alle ein unregelmäßiges Bewusstsein entwickeln, ohne es zu merken. Würde ein solches Bewusstsein die Welt nicht auf eine schiefe Weise sehen und sich selbst Schwierigkeiten machen? Ja, genau das sehe ich aber, wenn ich rausgehe, mein Juts da. Die sind alle quer, die sind alle schief. Die wissen nicht mehr, was wir im Kern wirklich sind. Es gibt nur noch ganz wenige Menschmenschen da draußen. Ich schwör's dir. ... ohne es zu wissen. Nicht nur das. Wir würden obendrein noch annehmen, dass unsere Schwierigkeiten von außen her kommen. Wir würden stets nach Problemen außerhalb von uns schauen. Zitat Ende. José Agüeles schreibt weiter. Hattest du gewusst, dass der gregorianische Kalender sein Programm jede 28 Jahre genau wiederholt? In irgendeinem Abschnitt von 28 Jahren wird es immer genau sieben Schalttage bzw. Jahre geben. Dies bedeutet, dass es große gregorianische Aufzeichnungen von 28 Jahren gibt, die bei Ereignissen eine versteckte Rolle spielen. Wir schauen... Was meinst du, Deus? Ich check dich nicht gerade. ... einen wichtigen, ausschlaggebenden Punkt an, um zu sehen, wie die Herrschenden uns programmieren. Was wäre solch ein Punkt? Wie wäre es mit dem Schwindel des Abwurfs von angeblichen Atombomben 1945? Hat er nicht alles verändert? Hat er ganz gewiss. Oder was ist mit 9-11 im Jahr 2001? Lasst uns also in 28 Jahreszyklen seit 1945 rechnen und schauen wir, was passiert. Die ersten 28 Jahre, 1973, hier haben wir etwas. Am 4. April 1973 wurden die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York eingeweiht. 28 Jahre später, 2001, 9-11. Es gibt keine Zwillingstürme mehr. Krass, okay. Das ist jetzt hier miese Schwurbelei, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Aber auf jeden Fall crazy, dass das genau 28 Jahre später passiert ist und der Kalender sich quasi alle 28 Jahre wiederholt. Hiroshima und Nagasaki, zwei 28 Jahre Zyklen vorher. Was ist mit 28 Jahren vor 1945? 1917. Die USA tritt in den Ersten Weltkrieg ein. Und 1945, die USA beendet den Zweiten Weltkrieg. Bei so Sachen bin ich immer, das ist immer schwierig so, weißt du wie ich meine? Irgendwie ist es suspicious. Irgendwie denkt man sich immer noch, okay könnte auch Zufall sein, weißt du? Fangen wir Amerikaner nach 9-11. Wenn es jetzt am selben Tag passiert, also auf den Tag genau wäre, dann wäre das auch schon wieder ein bisschen anders. Im Dritten Weltkrieg an? 28 Jahre vor 1917, 1889. Hm. Der Eiffelturm in Paris wurde errichtet. Seinerzeit das höchste Gebäude der Welt. Drei 28 Jahre Zyklen vor den Zwillingstürmen. Siehst du? Drei 28 Jahre, okay, das ist ein bisschen, da bin ich jetzt. Äh, skeptisch. Wie der Kalender sein Programm wiederholt. Schwierig, Bro. Einmal drei Jahres, dreimal 28 Jahre Zyklen, einmal eine. Willst du wirklich 28 weitere Jahre dieses Programms? Das weibliche Wesen wird seit langem zu einem großen Teil. Ich scheiß da eh drauf auf dieses Programm, sage ich euch ja. Das war mit einer der Gründe, warum ich auch ganz früh gesagt habe, ich will für niemanden arbeiten. Ich will nicht 7-Tage-Woche haben, ich will kein Wochenende haben. Ich will selbst entscheiden, weißt du. Und das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, zu sagen, egal wie viele Up-and-Downs ich auch hatte in meiner bisherigen Karriere, so, ne. Und das wird auch noch mehr geben, so. Das Leben geht halt nicht einfach nur so, das geht hoch und runter und so. Aber wenigstens habe ich Selbstverantwortung übernommen, so. Und das war für mich immer eine krasse Priorität, zu sagen, ich will Selbstverantwortung für mich und mein Leben übernehmen. Und selbst entscheiden, wann ich was wie tue, so. Für mich gibt es keine 7-Tage-Woche zum Beispiel, so. Für mich gibt es auch kein Wochenende, so. Und manchmal nehme ich mir, der Sonntag ist eigentlich der Tag, wo es am wichtigsten ist, dass vernünftige Videos rauskommen und so, weil die meisten Leute zu Hause sind und halt nicht arbeiten und in diesem 7-Tage-System halt mehr oder weniger festhängen, so. Und deswegen, für mich gibt es keine 7-Tage-Woche, so. Mir ist auch ein Monat eigentlich scheißegal, außer, dass ich halt da meine Dinge bezahlen muss, die ich bezahlen muss, aber ich lebe so nicht mehr, so. Also ich versuche, so weit wie möglich von den Sachen wegzugehen und mein eigenes System zu machen, so. Und das so zu gestalten, wie das sich für mich am besten anfühlt und nicht, wie das mir vorgegeben wurde seit Kind an. ...des 28-tägigen Menstruationszyklus der Frau mit dem Mond in Verbindung gebracht. Die Maßeinheit des Mondes von Neumond zu Neumond, seine synodische Periode, heißt Lunation und dauert... Hast du im Angestelltenverhältnis auch mit den Up and Downs? Echt, ja? Ja, aber... Menschen streben halt oder wollen gerne Sicherheit haben, so, weißt du. Und viele... Also viele Dinge sind halt, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, mehr oder weniger geregelt. Du kriegst vorgegeben, wann du aufstehst, du kriegst vorgegeben, wann du auf der Arbeit sein musst, hast eigentlich ein stabiles Gehalt durchgehend und weißt genau, wie viel du am Ende des Monats dafür bekommst, so. Kriegst noch dann Versicherungen und so. Es gibt halt ein paar Sachen, die sollen dir so diese angebliche Sicherheit geben, so. Sicher ist gar nichts, aber es fühlt sich auf jeden Fall sicherer an. Ich hab zum Beispiel schon Zeiten gehabt, wo ich nicht wusste, was passiert im nächsten Monat. Krieg ich es überhaupt hin, so viel Geld zu generieren, dass ich überhaupt noch die Miete bezahlen kann oder nicht? Digga, weißt du, wie ich meine? Und diese Sachen hast du halt im Angestelltenverhältnis nicht so... nicht so offensichtlich auf jeden Fall. So, du hast nichts vorgegeben und du bist auch für dich selbst verantwortlich, wann du aufstehst, wann du schlafen gehst, wie viel du arbeitest am Tag, diese ganzen Sachen, so, weißt du. Schon ein Unterschied. 395,5 Tage. Die siderische Periode des Monds, welche den Mond von der Stelle misst, an welcher er im Himmel wieder erscheint, dauert nur 27,1 Tage. Also sind die 28 Tage in dem biologischen Zyklus der Frau bereits verschlüsselt. Der gewöhnliche... Krass, warte mal ganz kurz. Was hier ging es um Mädels gerade? Wichtig, aufpassen. ...dieses Programms? Das weibliche Wesen wird seit langem zu einem großen Teil wegen des 28-tägigen Menstruationszyklus der Frau mit dem Mond in Verbindung gebracht. Die Maßeinheit des Mondes von Neumond zu Neumond, seine synodische Periode, heißt Lunation und dauert 295,5 Tage. Okay. Die siderische Periode des Monds, welche den Mond von der Stelle misst, an welcher er im Himmel wieder erscheint, dauert nur 27,1 Tage. Ist das bei Frauen immer 28 Tage? Also sind die 28 Tage. Was ich auf jeden Fall mitbekommen habe und was ich merke und was ich selber mitbekommen habe, ist, dass viele Frauen auch, wenn Vollmond ist, ihre Tage bekommen. ...in dem biologischen Zyklus der Frau bereits verschlüsselt. Der gewöhnliche Mondzyklus. Dies ist auch kein Zufall, wie durch den patentierten Vorgang der leuchtenden Ovulationszyklusanpassung nachgewiesen wurde, bei welchem schlafende Frauen von einer Reihe von Lichtern, die die Zyklen des Mondes widerspiegeln, beleuchtet wurden. Patent 6497718. Der Eisprung ist rund 14 Tage, der halbe Zyklus, vor der Menstruation. Also hatten in altertümlichen Zeiten die Frauen auf der ganzen Welt gewöhnlich ihre Menstruation auf den Neumond und den Eisprung auf den Vollmond ausgerichtet. Es hat... Äh, Stigger, weltweit? Krass. ...gezeigt, dass während Vollmondphasen 20% mehr Menschen in Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen eingeliefert wurden. Bro, das ist Facts. Das merke ich auch. Ähm, Vollmond ist Energy, Bro. Also umso bewusster ich geworden bin, umso mehr merke ich, wie der Vollmond einen Effekt auf mich auch als Mann hat. Ich spüre das. Manchmal kann ich nicht pennen. Die Energy rises. Man ist energetischer aufgeladen. Also Vollmond hat definitiv einen Effekt auf uns Menschen. Das ist eine spezielle Energy. Könnte es sein, dass Menschen aufgrund von unnatürlichen Abweichungen bei den biologischen Zyklen der Frau sexuell frustriert sind? Heulen darum einsame Hunde während des Vollmonds und wünschen sich Gesellschaft? Altertümliche Kulturen pflegten oft monatliche Fruchtbarkeitszeremonien, zu Ehren des Mondes, der Weiblichkeit abzuhalten. Heutzutage werden jedoch diejenigen, die die Mondzyklen verehren, Verrückte, Ungeheuer und Spinner genannt. Verrückte, Ungeheuer und Spinner, Digga. Daran haben wir uns schon gewöhnt, Digga. Davon lassen wir uns jetzt auch nicht mehr unterkriegen, oder Freunde? Diejenigen, die die Zeit nach dem Sonnenkalender nehmen, finden Zuspruch. Die fremdartige Wortherkunft der Bezeichnung wie Lunatic für verrückt, Monster für Ungeheuer und Solace für Trost deuten auf die Erleuchteten und Herrschenden und ihre Verehrung der Sonne. Viele Mädchen fühlen sich, wenn sie zur Frau reifen, anfangs verlegen oder zumindest unangenehm. Erste Blutungen sind begleitet von Tampons, Einlagen, neckenden Mitschülern und Warnungen oder abschreckenden Geschichten von älteren Frauen. Stammesangehörige in Afrika, First Nations in Amerika und weitere in Anführungszeichen primitive Völker ehren die ersten Perioden ihrer Frauen mit Pubertätszeremonien. Sie sind der Überzeugung, dass Frauen als spirituelle Wesen unglaubliche Kräfte besitzen und dass die Gabe des Lebens ein wichtiges Ereignis ist. Voll! Fühl ich komplett. Während der ersten Blutung wird jedes Mädchen vom Stamm isoliert und von weiblichen Verwandten und Freunden zu einer besonderen Mondhütte gebracht Macht doch auch Sinn, Mann. Die können dann Kinder kriegen, weißt du, wie ich meine? Das geht dann los, so. Das kann man schon feiern. Weißt du, was ich meine? Finde ich persönlich. In der sie über Sexualität und Kinderkriegen aufgeklärt wird. Ihr werden Kunst und handwerkliches Geschick beigebracht. Geschichten werden erzählt und Wissen weitergegeben. Nach der Zeit der Isolation vom Stamm wird ihre Rückkehr mit einem großen Fest zu ihren Ehren gefeiert. Das ist meiner Meinung nach auch der tiefe Grund dafür, dass ich zum Beispiel auch jede Frau beschützen würde, wenn ich sehe, dass einer Frau irgendwas passiert. Einfach, weil die kann Kinder kriegen. Die müssen wir beschützen. Die sind, das ist, weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Also ich finde, Frauen sind irgendwie, man muss die beschützen. Keine Ahnung. Das ist automatisch bei mir so in der Biologie drin, dass ich sage, Mann, Alter, in denen können Kinder dran wachsen, die können Kinder gebären. So, die muss ich beschützen. Fertig aus. In der tümlichen Welt war man der Überzeugung, dass Frauen während ihrer Menstruation über erstaunliche Heilkräfte und Kreativität verfügen, sodass, egal worauf man sich ausrichtet, so wird es auch sein. Wenn eine Frau daran glaubt, dass sie in die Menopause kommt, weil es so gelehrt und programmiert ist, wird es so sein. Ansonsten nicht. Boah, Digga, das ist halt, das ist, äh, wild, was du da gerade sagst. Ich kann mir vorstellen, dass man da auf jeden Fall einen Einfluss drauf nehmen kann, aber ich glaube, das hat auch mit der Biologie zu tun, so. Weißt du, wir haben halt auch schon, seitdem es, seitdem es Menschen gibt eigentlich, haben Frauen immer relativ früh Kinder bekommen, weil da einfach auch das Risiko nicht so krass war, dass dem Kind irgendwas passiert und dass es einfach auch viel besser funktioniert hat und auch der Körper das besser vertragen konnte. Weißt du, ich glaube, umso älter du wirst, umso mehr kann es auch einen Effekt auf deinen Körper haben und ich glaube schon daran, dass rein biologisch gesehen ab einer gewissen Zeit du als Frau keine Kinder mehr kriegen kannst, so. Und ich glaube, das war auch schon immer so, egal was du glaubst oder nicht glaubst. Weißt du, was ich meine? So, ich weiß, wir können viel mit unserem Bewusstsein und mit unserem Glauben steuern, so, da bin ich auch überzeugt von, aber wir können nicht gegen unsere Biologie kämpfen, so. Deswegen bin ich ja auch kein Fan von den Leuten, die sagen, dass sie als Mann sich als Frau identifizieren oder irgendwas, weil das ist biologisch verankert. Boah, das funktioniert einfach nicht. Du kannst keine Kinder gebären. Ich kann nicht anfangen, Kinder zu gebären, weil ich als Mann daran glaube, dass ich Kinder gebären kann. Punkt. Sie nicht mit alltäglichen Aufgaben belasten sollte. Die Menstruation war eine Zeit, in der Frauen meditierten und nach Spiritualität trachteten. Der antike Kalender der Mayas ist sogar noch etwas genauer als der heutzutage von uns verwendete gregorianische Kalender. Mayas fühle ich? Ja. Sie berechneten die Umlaufbahn des Mondes um die Erde unglaublich genau. 29,528395 Tage zu unserer derzeitigen 29,530588 Tage Messung. Sie konnten Sonnen- und Mondeklipsen genau vorhersagen und hatten eine erstaunliche Kenntnis von Astrologie und den Sternen. Der Archäologe Eric Thompson fragt, welche Laune hat die Gelehrten der Mayas dazu geführt, die Himmel zu kartografieren, jedoch dabei zu scheitern, das Prinzip des Rats zu begreifen, die Ewigkeit zu veranschaulichen, wie es kein halbzivilisiertes Volk vorher getan hat. Krass, Digga. Jedoch den kleinen Schritt von Kraggewölbe oder falschen Bogen hin zu echten Bogen zu ignorieren. In der Größenordnung von Millionen zu zählen, jedoch nie zu lernen, einen Sack Getreide zu wiegen. Der Maya-Kalender, genannt Zolkin, misst Zyklen erweiterten Bewusstsein. Das hat schon seine Gründe, warum die sich nicht darauf konzentriert haben, glaube ich. Die waren auf jeden Fall in einigen Bereichen. Auf jeden Fall, da waren die anders unterwegs, als wir heutzutage und haben auch krasses Knowledge gehabt. Ständig. Geil, wie der das beschrieben hat. Jetzt würde ich mir gerne Dokumentation von ihm über die Mayas reinziehen. Der hat echt gute Informationen, der Cousin, ne? Finde ich. Als ob die nicht, wenn die wollten, das könnten, ein Sack Ding zu wiegen. Weißt du, was ich meine? Das sind nur Argumente, die gesucht dafür werden, um zu sagen, das waren irgendwelche primitiven Affen, die keine Intelligenz hatten und nichts drauf hatten. Weißt du, wie ich meine? Die haben sich bewusst wahrscheinlich auf gewisse Dinge konzentriert, weil die wussten, was wirklich Wert hat und was nicht so. Weißt du? Auch wenn du an der Maya-Pyramide stehst, das will ich hier eigentlich in dem Video jetzt mal kurz einblenden, sag ich dir ehrlich. So. Du stehst da unten vor der Pyramide und klatscht in die Hände und dann kommt oben aus der Pyramide ein Geräusch raus, was anscheinend ein Vogelgeräusch ist von einem der Vögel, die damals am Start waren und wenn du das googelst, dann sagen die tatsächlich, dass das eventuell einfach Zufall gewesen ist. Weil die Wissenschaftler heutzutage immer noch nicht erklären können, wie das überhaupt zustande kommt. Das musst du dir mal reinziehen. Weißt du, was ich meine? Die sagen echt, teilweise offizielle Wissenschaftler und Historiker sagen, das war Zufall. Ey, Digga, wie dumm musst du sein, dass du denkst, dass das Zufall ist, Bro. Ehrlich jetzt. Also die versuchen alles, um die als primitive Affen hinzustellen, so. Guck mal, was die gebaut haben. Totally symmetric, so. The fuck, Bro. What year is it right now for the Mayas? 5.000. 5.000? Year 5.000 now. Approximately. The time started in 3113 DC. 3.113 years before Christ. Plus 2.023. Aha. Make additions. Ist crazy auf jeden Fall. Ich wollte den Vlog auch raushauen schon lange, aber das Problem ist, wenn ich die Videos bei YouTube reinhaue, bei Adobe reinhaue, dann verändert das voll die Belichtung und so, weil ich das aus Versehen mit HDR aufgenommen habe und da bin ich jetzt gerade dabei, wie ich das konvertieren kann und so ein Scheiß. Aber ich versuche den Vlog auf jeden Fall bald rauszuhauen. Ich küsse eure Ziebeldrüse. Weiter geht's mit dem Video hier. Die Maya misst Zyklen erweiterten Bewusstseins und vervollständigt die Ziele eines Menschen im Leben. Das Beurteilen der verstreichenden Tage auf diese Weise verändert die Einstellung zum Leben. Moderne Gesellschaften neigen dazu, die Zeit als eine tickende Zeitbombe zu sehen, bis sie sterben, ein Uhrwerk von genormten, ineinander übergreifenden Zahnrädern, bis sie älter werden, rosten, nutzlos werden und dann stehen bleiben. Die Mayas glaubten, so wie die Frühchristen, an Wiedergeburt, was mit ihrem Kalender übereinstimmt. Sie waren der Überzeugung, dass alles im Leben eine spirituelle Entwicklung und eine Ausweitung des Bewusstseins oder Zwecks war, sodass jeder Tag zusammenhängt. Geil. Während ich dies schreibe, ist beispielsweise heute der zweite Tag des neuen Jaguar-Monds der Absicht, jeder Mond hat ein spirituelles Tier und einen Zweck, der... Ich glaub, ich glaub, ich glaub auch an Wiedergeburt auf jeden Fall. Ich glaub nicht, dass du nur ein Leben hast und dann gehst du. Und ich glaub auch, das wurde uns so eingetrichtert, damit wir halt Angst haben und getrieben werden können, so. Dass wir in diesem Leben alles erreichen müssen und Dinge mitnehmen und so ein Scheiß. Du kannst eh nichts mitnehmen, meiner Meinung nach, außer die spirituelle Erfahrung und Reife, die du in deinem Leben dir angeeignet hast, so. Die haben halt das alles ausgenutzt, um uns auf diese materialistische Welt und auf den Materialismus zu konzentrieren und zu fokussieren, damit wir alle nur noch daran glauben und glauben, dass wir so viel wie möglich Materialismus anhäufen müssen und dass es nichts gibt außerhalb von der materialistischen Welt. Das ist einfach eine Lüge, meiner Meinung nach. Heute Gezolkin ist der 13. Himmelsgänger, der die Bedeutung und Aufgabe hat, erforsche den Raum, Wachsamkeit, den... Andrew sagt, ich glaube, das Leben ist unbegrenzt. Safe. Safe. Leben hat keine Grenze. Das merkst du eigentlich auch, wenn du richtig hinguckst. ...und Spruch, Himmel und Erde zu vereinen. Die Kraft von heute ist die Aktivierung, die heutige Handlung ist körperliche und geistige Nähe zu Menschen und das Wesentliche am heutigen Tag ist die Verehrung Gottes. Jeder Tag hat also eine Farbe, ein Chakra und auch ein Symbol. Nun, das mag seltsam oder wie irgendein Blödsinn der New Age Subkultur erscheinen, es ist jedoch die Methode der Zeitmessung, die in der ganzen altertümlichen Welt verwendet wurde. Das Wesen der... In der ganzen altertümlichen Welt, das sollte den Leuten mal zu denken geben, warum ist das so? Mit der Entwicklung des Bewusstseins in Verbindung zu bringen, scheint mir eine sehr weitentwickelte Anschauung zu sein. Die Mayas wussten über die 25.920 Jahre äquinoctiale Präzession, in der die Erde für 2160 Jahre etwas hinter jedem Sternbild des Tierkreises hinterherhinkt. Sie haben sogar perfekt das Enddatum dieser Präzession als den 21. Dezember 2012 berechnet, wenn wir die galaktische Mitte passieren, auf die sie sich als dunklen Graben oder Riss beziehen. Das musst du dir mal überlegen und dann wollen die uns sagen, dass das irgendwelche Halbaffen waren, die nicht ein Kilogramm Mais messen konnten. Weißt du, was ich meine? Easy. Jose Agueles schrieb, die Christen segelten westwärts und entdeckten die neue Welt. An einem Ort namens Yucatan trafen sie Yucatan, bro. Viva la Mexico. auf andere Menschen, die Mayas. Diese Mayas hatten auch einen Kalender, ein heidnisches Verfahren, das genauer war als der julianische Kalender. Die Christen lernten vom Maya-Kalender, dass ihr Kalender um zehn Tage falsch war. Und was nun? Die Christen verbrannten 1562 alle Bücher der Mayas. Was los mit diesen Europäern, Digga? Interessanterweise gab es zehn Jahre später, im Jahr 1572, einen neuen Papst, er nannte sich Gregor XIII., und erklärte, dass seine erste Handlung als Papst die Korrektur des julianischen Kalender sein werde. Zehn Jahre später, 1582, hatte Gregor XIII. sein Ziel erreicht. Wenn du am Abend des 5. Oktober 1582 zu Bett gegangen bist, war bei deinem Aufwachen der 16. Oktober, und nicht der 6. Oktober. Papst Gregor XIII. hat zehn Tage hinzugefügt, und der julianische Kalender war nun der gregorianische. Wow. Einfach so, wenn du aktuell. So lässt du uns jetzt einfach hier alleine, oder was, bruh? Das war so ein abruptes Ende. Ich fühle mich ein bisschen lost gerade. Bruh. Was hast du gemacht, Junge? Ich küsse dein Herz. Sehr starkes Video. Ich habe hier einiges gelernt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr auch. Eure Gedanken dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Free Mayas, Bro. Voll schade, dass diese ganzen Hochkulturen damals, die schon so viel begriffen haben auch, einfach ausgerottet wurden und aufs Minimum reduziert wurden in der ganzen amerikanischen Welt und jetzt übernommen wurden quasi und es nicht mehr so viele originale Dinge gibt. Zum Glück gibt es noch ein paar Sachen, die man sich angucken kann, wie zum Beispiel die Pyramiden in Chichen Itza und zum Glück gibt es auch noch ein paar Leute, auch hier in Tulum und so, die darauf Wert legen, dass die Maya-Kultur immer noch hochgehalten wird und dass da immer noch drüber geredet wird und die reden sogar in Maya teilweise und sträuben sich dagegen, in Spanisch zu reden. Das finde ich gut, aber die wurden halt wirklich auf ein Minimum ausradiert und das ist schade. Finde ich sehr, 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 sehr schade, weil ich glaube, diese ganzen Urvölker, Indianer, Mayas, auch die, 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 die in Ägypten gelebt haben, haben halt ein krasses Wissen gehabt und wir hätten einfach davon lernen können und hätten, ja, einfach voneinander lernen können, anstatt nur, weil die anderes Wissen hatten, die dann auszurotten. Das ist so crazy, passiert, ich kann es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein, ich liebe euch, peace out.